Ja, herzlich willkommen beim Hunting Team Jolne Mini, heute bei der Gänsejagd, und zwar mit Zodiac 73. Ja, wir wollen mal gucken, was wir so an Gänse bekommen. Und sobald wir die ersten Gänse in Anflug haben, sagen wir euch Bescheid. Also bis gleich. Ja, und da haben wir die ersten Gänse hier, die jetzt kommen. Ingo, hast du Revolver dabei? Nein. Oh, scheiße, hatten wir die mit einem Revolver geschossen. Kannst ja mal wedeln. Die wollen nicht kommen. Komm, hau es raus, ja. Ich probiere mit der 20DH. Ich probiere mit der 20DH. Ich probiere doch. Ja, Leute, so geht's. Na, ob die wärmt werden, ob die staune. Lebt die noch? Es ist tot. Die ist tot, Lore. Da habt ihr meine Dinge nicht funktionieren mit Gänse. Gänse. Ja, ich behalte mich. Was sind die denn? Auch da hinten kommt die. Oh, die kriegen wir vorbei. Über uns, Scheiße. Ja, so ist sie. Da haben wir sie leider nicht gekriegt. Aber die nächsten werden wir wiederholen, wenn sie einstreichen. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ja, und da sind sie schon wieder. Mach die Schussbereitung. Da sind unsere Gänse wieder. Und los geht's. Jo. Da haben wir sie geschossen. Wie das sein muss. Ja, und ich hoffe, wenn ihr das probiert, habt ihr genauso viel Glück wie wir. Ja. Vom Hunting Team. Bei der Gänsejag. Ja. Hat sie die hier am Hügel eben eingesammelt? Ja, ja. 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 Da sind wir wieder. Mit neuer Gänse. Die Gänsejag. Ja. 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 Und den Fasanen haben wir gleich mit weggenommen. Schönes Ding. Ja, Leute, wir haben hier 19 Lock Gänse und das funktioniert recht gut, muss ich sagen, bis jetzt. Nur Multiplayer sind weniger Gänse als wenn man Singleplayer macht. Komischerweise, aber nichtsdestotrotz funktioniert das. Ja, ich schieße hier mit der Laser F3. Oh, 8,7 Kilo. Sehr schön, sehr schön. Ach, 1,600. Ja, so, wenn wir die nächsten Gänse haben, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ja, Leute, leider kommen hier keine Gänse mehr. Ja, dann beendet ich jetzt das Let's Play mal. Und wir sehen uns beim nächsten Abend im Team Germany Let's Play wieder. Und mal schauen, vielleicht da mal bei der Entenjacht oder Rotisch mal schauen. Also bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Schleiffläch. Ja.